wie alt bist du wie alt hast du schon wie viel sind wie viel sind ok was hast du für ihn dabei ich glaube apple sind besser als bänden ich habe viele ich nehme einfach mal mit ich habe mich die ganzen grünen Ja, ich hab ja den Pass. Aber ich hab ihn in einem Schnitt eigentlich lieber gekauft. Echt? Ja. Ich hab mal die Bü-Boxen lassen. Ich hab 11 Äpfel. Scheiße, die Zone kommt. So stimmt. Ich steff so auf der Zone. Ich nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich weiß, dass er eine Musik macht. Ich weiß, dass er schnell Sports kommt. Oh nein. Geht weg. Nein. Geht weg. Geht weg. Ich schieße mich weg. Geht weg. Was für Musik hörst du so? Ich? Nein, ich rede mit deiner Mutter. Ja, ich weiß nicht. Was für Musik hörst du? Was für Musik? Ja, was für Musik hörst du? Ja, ich jetzt. Ja, wir will schon sonst wen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. 1.87. Irgendwann? Was? Was hast du gesagt? 1.87. Ja. Ja. Also du hast Rap. Ja. Ich habe angefangen, ähm, was da hinten sind. Ich habe angefangen, ähm, Rap-Text zu schreiben. Ich bleib bei einer Stelle immer hängen. Was hängt sich auf Flieger? Läga. Ähm. Was steht da? Äh. Was steht da? Was steht da? Was steht da? Äh. Keine Ahnung. Oh, shit. Der kennt da oben. Hast du ein Air Moon? Ja, ich droff ja alles, was ich hab. Ja, ich droff ja alles, was ich hab. Ja. Da hast du keine Ahnung. Okay. Ja, ich bin zu brennen. Der fällt gleich runter. Oh, hab einen. Drei. Ja. Der eine One-Shot unten, den wo du gerade rausgehst. Ich hab einen niedergestreckt. Keine Ahnung wie. Da rennt einer. Der fällt mit, ne? Nein. Hab ihn. Nein. 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 Da, äh, da liegt eine blaue Air. Da, äh, da liegt eine blaue Air. Ja. Hier ist noch eine. Da ist ein Gegner auch. Ja. Ja. Nein. Da bin ich ja nicht. Da bin ich ja nicht. Ja. 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 Ich nehm wirklich mit. Okay. Kannst du gut mit der neuen Pump spielen? Ja, eigentlich schon. Hast du gut mit der Stern? Ja. Ich auch. Ah, du bist gut. Ja, ja. Da liegt noch eine blaue Tech. Wie vieler Kild hast du? Da hat keinen keinen. Oh. Das sind fünf, ne? Oder? Ne, ich hab sechs. Oha. Oha. Schiene. Schiene. Komm mir gut, ich hab' nicht um die Pils. Mir geht's wie zu wollen. Mir geht's um Spaß zu haben. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Oha. Nerv nicht. Oha, Sandy. Weißt du was? Hallo. Kannst du was? Kannst du was? Flips oder Flips oder sowas? Ja, ich hab' beides. Müsst du da drauf oder machst du YouTube-Videos? Okay. Was? Warte. Bist du Stream, oder? Ich? Ja. Ich? Ich mein dich. Ja, ich bin beides. Oha. Okay. Zuschauer hast du da. Abonnenten. Abonnenten. Also auf YouTube hab' ich neun Abonnenten und auf Twitch hab' ich 15 verlor. Oha. 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 Ich hab' auch noch einen YouTube-Konan. Da war ich 10 und da hab' ich 32 Abonnenten. Oha. Ein Freund von mir, der hat noch irgendwas mit 40. War's 40 Abonnenten? Ja. Junge. Ist krass. ich hab' dann mich krassig davon aufgenommen. Warte, mach' mich mit dir. Ich komm' dir된. Ich hab' das! Ich kann nicht. Das kann das nicht. Wir müssen lernen. Warte. Ich hab' das, bitte. Ich weiß' es dir noch. Hä? Äh? Ah, ja, ja, ja. Ich hab' das in dir über das Auto. Ich hab' das denn so! ich kann das nicht keine ahnung davon was passiert videos ich glaube nicht Nein. Würde es dir freuen, wenn du in eins bist. Das sind hier dann YouTube-Video-Gebiet oder was? Was? Das ist ein YouTube-Video-Gebiet oder was? Was für ein YouTube-Video-Gebiet oder was? Vielleicht mache ich gerade ein. Weißt du wo du richtig klickst. Also wo du richtig viele likes und klickst. Ja? schon machen so okay ich tue zuerst als würde ich dich überhaupt nicht mehr ich bin ein richtiger hater von dir das kommt sicher immer ganz gut an ja ja warte wie heißt du wie heißt denn die tukerland ich heiße tot ja dann bin ich jetzt ein richtiger hater von dir wieso ja das ist ja er ist untergefallen Irgendwo war mir Oha die hat einen mythische Pfannen Willst du diesen Ding? Hier oben Ich habe den apostle hier Das geht Ich habe den einen Yakschlagong ich habe zwei ja dann belassen das kann ich ja noch Der andere ist Wunsch. Erfällig. Nein! Nein! Ach, ich kann nicht mehr so reden. Ach, sorry, war mein Fehler. Oh, schade. Tschüssi. Du kannst dir ja das Video anschauen, wenn du willst. Also, halt nachher. Tschüssi. So, ich würde einfach mal sagen, wir beenden das hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst einen Like da, wenn euch das gefällt. Schreibt in die Kommentare, was wir noch machen sollen. Und dann haut rein. Ciao, ciao! 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 Ciao!